Manuel Neuer legt sich erneut unter das Messer, Metallentfernung. München, Torwart Manuel Neuer, 37, hat sich erneut einem medizinischen Eingriff unterzogen, um schnellstmöglich wieder für den FC Bayern einsatzbereit zu sein. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde am vergangenen Sonntag eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein durchgeführt. Der 37-Jährige konnte sein Aufbautraining daraufhin unmittelbar fortführen. Berichteten die Münchner nur wenige Stunden vor dem Testspiel gegen die AS Monaco. Unklar ist weiterhin, wann Neuer wieder auf dem Platz stehen wird. Den Supercup am Samstag gegen RB Leipzig wird der Schlussmann ebenso verpassen wie den Saisonstart am 18. Bei Werder Bremen Im Dezember hatte sich Neuer den Unterschenkel gebrochen und seitdem kein Fußballspiel mehr bestritten. Beim FC Bayern hinterließ er damit eine klaffende Wunde im Kader. Kurz vor Saisonsbeginn stehen die Münchner ohne klare Nummer 1 im Tor da. Neuer spricht mit, wer wird Torhüter für den FC Bayern? Mit Alexander Nübel, 26, und Johannes Schenk, 20, hat der Bundesligist in der laufenden Transferperiode bereits zwei Torhüter angegeben. Neuer Ersatz Jan Sommer, 34, steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Inter Mailand, bis ein Nachfolger gefunden und Neuer einsatzbereit ist. Wird Sven Ulreich, 35, als temporären Nummer 1 aushelfen müssen? Wie der Kicker berichtet, ist Neuer in den Transferprozess auf der Torhüterposition involviert und immer auf dem Stand. Demnach sprechen Trainer Thomas Tuchel, 49, und Torwarttrainer Michael Rechner, 43, viel mit dem Kapitän und beziehen ihn als Führungsspieler häufig in ihre Überlegungen mit ein. Der vereinslose David Err, 32, und David Raja, 27, vom FC Brentford sollen ganz oben auf der Liste der Münchner Transfer-Task vorstehen. Ich würde als FC Bayern auf der gehen. Und an der Ersstelle zu den Bayern, sagte TV-Experte Lothar Matthäus, 62, der Sportbild. Der spielte von 2011 bis 2023 bei Manchester United und wurde mehrmals zum besten Torhüter der englischen Liga gewählt.